Hallo, schön, dass du da bist. Ich heiße Annie und ich freue mich, deine Yoga-Partnerin für die nächsten 18 Minuten sein zu dürfen. Wir stärken in diesem Flow vor allem die Bein- und Bauchmuskulatur und ich denke, ich werde dich vielleicht auch ein bisschen zum Schwitzen bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir sehen uns gleich auf der Yogamatte. Bis gleich. Wir beginnen im Fersensitz oder wie man es in der Yoga-Sprache so schön sagt, im Diamantsitz. Schließe hier kurz die Augen und lege deine Hände locker auf den Beinen ab, mit den Handflächen nach oben zur Decke gerichtet. Dein Brustkorb öffnet sich nach vorne, ohne dass du in ein Hohlkreuz kommst. Atme tief ein und aus und konzentriere dich auf den Atem, den du aus deinem Körper herausströmen und mit jeder Einatmung in dich fließen spürst. Dann öffne die Augen langsam wieder und lass uns beginnen. Führe die Handflächen hinter deinem Rücken zusammen und bilde eine Faust. Streck die Arme, sodass sich dein Herzraum automatisch öffnet. Deine Schultern sind weit weg von den Ohren, die Schulterblätter leicht zusammengezogen und dein Rücken ist lang. Bleibe hier für zwei tiefe und wohltuende Atemzüge. Tief durch die Nase ein und vollständig wieder aus. Nochmal einatmen, ganz tief. Und dann lass die verbrauchte Luft aus deinem Körper fließen. Dann löse das Ganze wieder auf und finde deinen Weg in den Vierfüßlerstand. Strecke hier den rechten Arm nach vorne aus und gleichzeitig das linke Bein nach hinten. Erzeuge eine lange, gerade Linie. Atme ein, streck dich noch ein bisschen mehr in die Länge. Atme aus, Ellenbogen und Knie treffen sich in der Mitte, die Bauchmuskeln aktivieren. Atme ein, komme in die Bärhaltung. Die Knie schweben ein paar Zentimeter über der Matte und dein Becken ist eingerollt und bleibe hier für die Ausatmung. Mit der nächsten Einatmung senk wieder ab und streck den linken Arm und das rechte Bein in die Länge und atme aus, Knie und Ellenbogen treffen sich in der Mitte. Einatmen, Bärhaltung, Becken einrollen und hierbleiben für die Ausatmung. Ein, absetzen, den rechten Arm und das linke Bein wieder strecken. Aus, zusammenführen. Ein, Bärhaltung, wirklich nur minimal abheben und aus, hier halten. Einatmen, den linken Arm und das rechte Bein strecken. Ausatmen, Knie und Ellenbogen geben sich ein Küsschen. Einatmen, Bär. Aus, halten. Letzter Durchgang, einatmen, den rechten Arm und das linke Bein strecken. Ausatmen, in der Mitte zusammenführen. Einatmen, Bärhaltung. Ausatmen, halten. Ein, den linken Arm und das rechte Bein strecken. Aus, zusammenführen. Ausatmen, und einatmen, Bär, hier halten für die Ausatmung und sogar nochmal für die Einatmung. Drücke dich mit der nächsten Ausatmung nach oben in den herabschauenden Hund und spüre kurz nach. Die Bauchmuskeln machen sich auf jeden Fall bemerkbar, oder? Ich würde sagen, wir bringen sie sogar noch ein bisschen mehr zum Brennen. Ausatmen, spreize die Fingerspitzen und erzeuge Länge in deinem Rücken. Lass uns direkt weitermachen. Atme ein, hebe das rechte Bein gestreckt nach oben, dreibeiniger Hund. Atme aus, ziehe das rechte Knie nach vorne zum Brustkorb ran. Bleibe hier und beginne mit kleinen pulsierenden Bewegungen, wobei dein Knie mal mehr, mal weniger zum Brustkorb zieht. Und noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Und dann komme mit der Einatmung wieder in den dreibeinigen Hund und mache mit der Ausatmung einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände. Atme ein, richte dich auf in den Krieger 1 mit angehobener Ferse. Atme aus, setz dich etwas tiefer rein. Achtung, verlagere mit der Einatmung dein Gewicht auf das vordere Bein und komme in den einbeinigen Stand. Linkes Bein vorne angewinkelt, Hände in Namaste. Und komme mit der Ausatmung in den Krieger 3, Hände bleiben vor der Brust. Nochmal einatmen, Schritt nach hinten in den Krieger 1, Arme über die Seiten heben. Ausatmen, setz dich etwas tiefer rein. Noch ein paar Runden so, einatmen, verlagere dein Gewicht auf das rechte Bein und komme in den einbeinigen Stand. Hände in Namaste. Ausatmen, Krieger 3, bilde eine gerade Linie mit dem Oberkörper und dem gestreckten Bein. Nochmal einatmen, Schritt nach hinten, Krieger 1, Arme heben. Ausatmen, setz dich tiefer rein. Sehr gut, nochmal so. Einatmen, linkes Bein vorne anwinkeln, Hände vors Herz führen. Ausatmen, Krieger 3, dein Nacken ist die Verlängerung von der Wirbelsäule. Einatmen, mache einen großen Schritt nach hinten, Krieger 1. Ausatmen, tiefer reinsetzen. Super, wir wollen von hier in die Gattes-Pose gelangen. Drehe dafür nach links auf, beide Füße zeigen nach außen. Beuge die Knie und führe die Handflächen zueinander vors Herz. Deine Knie ziehen die ganze Zeit aktiv nach außen. Atme ein, streck die Beine und hebe die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, setz dich tief rein, Hände in Namaste. Nochmal einatmen und in die Länge strecken. Und aus, Beine beugen und die Knie nach außen ziehen. Einatmen, aufrichten. Aus, spüre die angenehme Dehnung im Hüftbereich. Letztes Mal einatmen, strecken. Und aus, tief reinsetzen. Hier nochmal für einen wohltuenden Atemzug halten. Mit der nächsten Einatmung zurück in den Krieger 1 drehen. Und mit der Ausatmung nach unten in den herabschauenden Hund klappen. Vinyasa Atme ein, roll nach vorne in die schiefe Ebene. Atme aus, senk ab, halb oder ganz. Einatmen, Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Super. Lass uns direkt mit der anderen Seite weitermachen. Atme ein, hebe das linke Bein gestreckt nach oben. Atme aus, ziehe das linke Knie zum Brustkorb ran. Bleibe hier und fange an, kleine pulsierende Bewegungen zu machen. Also das Knie mal mehr, mal weniger zum Brustkorb heranziehen. Und die Bauchmuskeln schön zum Brennen bringen. Noch vier, drei, zwei, eins. Und dann nochmal einatmen, in den dreibeinigen Hund kommen. Und mit der Ausatmung einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände machen. Atme ein, Krieger 1. Atme aus, setz dich tiefer rein. Verlagere dein Gewicht mit der nächsten Einatmung auf das vordere Bein und hebe das rechte Bein angewinkelt vorne ran. Hände in Namaste. Und dann atme aus, komme in den Krieger 3. Die Hände bleiben vor dem Brustkorb. Einatmen, Schritt nach hinten, Krieger 1. Arme über die Seiten nach oben heben. Aus, tiefer reinsetzen. Weiter so, einatmen, komme in den einbeinigen Stand. Hände zusammenführen. Ausatmen, Krieger 3. Dein Nacken ist hier die Verlängerung von der Wirbelsäule. Nochmal einatmen und einen großen Schritt nach hinten machen. Arme strecken. Und mit der Ausatmung tiefer reinsetzen. Ein, das rechte Knie Richtung Brustkorb ziehen. Hände in Namaste. Aus, Krieger 3. Zieh dich hier schön in die Länge. Komme mit der Einatmung in den Krieger 1. Strecke die Arme nach oben. Und atme aus. Setz dich etwas tiefer rein. Sehr gut. Wir wollen von hier wieder in die Gattes-Pose kommen. Drehe dafür auf nach rechts. Beide Füße zeigen nach außen. Setz dich tief rein. Führe die Hände vors Herz. Und ziehe die Knie aktiv auseinander. Atme hier tief durch die Nase ein. Und dann löse mit der Ausatmung die Fersen von der Matte. Einatmen. Wieder ablegen und schön tief bleiben. Ausatmen. Auf die Zehenspitzen kommen. Nochmal einatmen. Absetzen und kurz kontrollieren, ob die Knie noch auseinanderziehen. Und ausatmen. Wieder auf die Zehenspitzen kommen. Bleibe kurz hier und setze ab jetzt die Fersen immer abwechselnd ab. Einatmen. Rechts absetzen. Ausatmen. Mit rechts wieder auf die Zehenspitzen. Einatmen. Links absetzen. Aus. Wieder hoch. Ein. Rechts runter. Aus. Wieder hoch. Und einatmen. Links absetzen. Aus. Wieder hoch. Strecke beide Beine mit der Einatmung. Setze wieder die Fersen ab und hebe die Arme über die Seiten nach oben. Und dann komme mit der Ausatmung zurück in den Krieger 1. Hier kurz einatmen. Und aus. Nach unten klappen in den herabschauenden Hund. Nochmal Vinyasa. Atme ein. Roll nach vorne in die schiefe Ebene. Atme aus. Senk ab. Halb oder ganz. Einatmen. Kobra oder herabschauender Hund. Und aus. Herabschauender Hund. Und puh. Schnaufe hier einmal kurz durch. Dann komme mit kleinen Schritten nach vorne zu den Händen. und laufe durch, sodass du schlussendlich im Sitzen landest mit angewinkelten Beinen. Hier wollen wir nochmal die Bauchmuskeln schön arbeiten lassen. Komme dafür ins halbe Boot Navasana. Füße in Augenhöhe. Handflächen zeigen nach oben. Atme ein und zeige deine schönste Boot-Variante. Atme aus. Strecke das rechte Bein nach oben und berühre die Fußspitzen mit der linken Hand. Einatmen. Zurück ins halbe Boot. Aus. Linkes Bein strecken und mit rechts abtippen. Nochmal ein. Boot Navasana. Aus. Rechts strecken und mit links abklatschen. Ein. Zurück in die Ausgangsposition. Aus. Andere Seite. Letzte Runde. Einatmen. Halbes Boot. Ausatmen. Rechtes Bein und linke Hand. Einatmen. Wieder beugen. Ausatmen. Linkes Bein und rechte Hand. Nochmal einatmen. Zurück ins halbe Boot. Und dann hier bleiben. Wir sind noch nicht ganz fertig. Sammeln nochmal kurz Kraft und dann meistern wir die nächste Übung gemeinsam. Atme hier tief ein und führe die Hände vors Herz. Atme aus. Dreh mit dem Oberkörper auf nach links. Einatmen. Zurück zur Mitte. Aus. Nach rechts aufdrehen. Nochmal ein. Mitte. Aus. Links. Ein. Mitte. Aus. Rechts. Und dann nochmal einatmen und zur Mitte drehen. Und jetzt kannst du das Ganze auflösen. Rolle dich behutsam ab in die Rückenlage und lass die Beine noch angewinkelt. Eine kleine letzte Übung und dann hast du es auch schon geschafft. Yay. Deine Füße sind hüftgelenkbreit aufgestellt und die Arme liegen neben dem Körper. Wir wollen von hier in die Schulterbrücke kommen. Fange unten am Gesäß an und rolle Wirbel für Wirbel hoch. Ziehe die Schulterblätter zusammen und führe die Hände unter dem Rücken zueinander, sodass eine Faust entsteht. Atme hier ein und hebe mit der Ausatmung das rechte Bein angewinkelt Richtung Brustkorb ran. Lege es mit der nächsten Einatmung wieder ab und hebe das linke Bein angewinkelt mit der Ausatmung vom Boden ab. Nochmal ein. Zurück nach unten. Aus. Rechtes Bein hoch. Ein. Wieder absetzen. Aus. Links anwinkeln. Letzte Runde. Einatmen. Bein ablegen. Ausatmen. Rechts heranziehen. Ein. Wieder runter. Aus. Linke Seite. Nochmal einatmen und absetzen und dann behutsam Wirbel für Wirbel abrollen. Sehr, sehr gut. Streck dich hier nochmal richtig doll in die Länge und werde um ein paar Zentimeter größer. Dann lege dich wieder locker hin, Arme nach unten, Handflächen zeigen Richtung Decke und deine Beine liegen ganz locker auf der Matte auf. Schließe gerne die Augen und spüre kurz nach. Welche Muskeln spürst du am meisten nach dieser Einheit? Welche Asana war am herausforderndsten heute für dich? Atme ganz ruhig. Lasse deine Muskeln zur Ruhe kommen und konzentriere dich kurz auf den Atem. Atme ganz ruhig. Spüre einfach, wie sich dein Brustkorb mit jeder Einatmung hebt und mit der Ausatmung wieder abflacht. Atme ganz ruhig und gleichmäßig. Lasse den Atem einfach natürlich fließen. Dann komme langsam wieder nach oben in den Schneidersitz. Führe hier die Handflächen nochmal zueinander und vors Herz und senk den Blick. Du kannst sehr stolz auf dich sein und dir einmal in Gedanken auf die Schultern klopfen. Ich bedanke dich bei dir selbst, dass du dir heute die Zeit für dich genommen hast. Für deinen Körper, für deine Seele, für deine Gesundheit. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und hoffe sehr, dass dir diese Einheit gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf. Namaste. 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 Untertitelung des ZDF, 2020